hallo und herzlich willkommen heute ist es eigentlich eine sehr sehr einfache runde und zwar müssen probieren so schnell wie möglich 150 Looms einzusammeln und ihr seht eigentlich auch schon hier in der Beschreibung ich werde auch heute keine entsprechende Zeitlupe davon machen wir müssen eigentlich nur versuchen entsprechend immer die Violetten zu schaffen erwischen und das sollte eigentlich kein großes Problem sein weil ja also sie sind alle sehr sehr nah aneinander platziert und ich glaube das war die zweite Aufnahme die ich hier gemacht habe und ihr seht also ist es wirklich sehr sehr einfach hier einfach direkt dann nochmal eine Goldmedaille halt eben zu bekommen weil gerade an dieser Stelle hier ist natürlich sehr sehr einfach deswegen sparen wir wieder einfach so ein bisschen die Erklärung da nochmal aber ich danke euch vielmals trotzdem fürs Anschauen und ja wir sehen uns morgen dann hoffentlich zur schwierigen Runde bis dann Ciao Ciao